Willkommen zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns mal die Sozialinstanzen an, die Hurelmann in seinem Modell definiert hat. Dabei ist es die siebte Maxima, die sich mit den verschiedenen Sozialisationsinstanzen auseinandersetzt. Die verschiedenen Instanzen wollen wir euch dabei einmal erklären. Und außerdem gehen wir natürlich auch auf die Aufgaben auf, die diese nach Hurelmann haben. Zuvor würden wir uns natürlich wie immer freuen, und das ist ein bisschen Werbung in eigener Sache, wenn ihr unser Buch auscheckt, denn wir haben euch da wirklich alles zusammengefasst, was ihr für das Abitur braucht. Also wenn ihr jetzt in Pädagogik LK oder GK seid, dann könnt ihr euch auf jeden Fall darauf vorbereiten, indem ihr das Buch in der Videobeschreibung auscheckt, falls euch das interessiert. Viel Spaß damit und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Heute soll es ja um die verschiedenen Sozialisationsinstanzen gehen, die Hurelmann definiert hat. Und dabei wollen wir euch zunächst einmal die verschiedenen Instanzen darstellen. Und bei den verschiedenen Instanzen unterscheidet Hurelmann grundsätzlich in zwei verschiedene Sozialisationsinstanzen. Einmal definiert er die formellen Sozialisationsinstanzen und einmal geht er auf die informellen Instanzen ein. Dabei ist es für ihn so, dass formelle Sozialisationsinstanzen insbesondere Schulen, aber auch Ausbildungsstätten darstellen. Beratungsstellen, neben laut ihm zwar auch einen formellen Charakter ein, sind aber, und das definiert er in seinem Modell, nach und nach nicht mehr so wichtig für den Jugendlichen an sich. Dadurch, dass ihn primär auch immer mehr das Internet diese Beratungsstellen ablöst, kommt ihnen ein anderer charakteristischer Zug zu, als das jetzt noch vor 20 oder 30 Jahren der Fall war. Damit habt ihr also die formellen Sozialisationsinstanzen. Das sind primär also alles Sozialisationsinstanzen, die von einer Gesellschaft bereits grundsätzlich existieren, die durch eine Gesellschaft existieren und auch in jeder Gesellschaft so vorhanden sind. Und damit versuchen Schulen, Ausbildungsstätten, Beratungsstellen natürlich, dass alle Jugendlichen gleich behandelt werden und alle Jugendlichen dementsprechend auch eine gleiche Chance haben, sich in der Gesellschaft einzubringen. Das also die formellen Sozialisationsinstanzen, die wir hier genannt haben. Dabei ist es natürlich so, dass der Einfluss der Gleichaltrigen nicht nivelliert werden darf. Wir hatten das bereits in den anderen Maximen, die Hurelmann definiert hat, dass der Einfluss der Gleichaltrigen natürlich enorm wichtig ist. Und dadurch, dass dieser Einfluss der Gleichaltrigen enorm wichtig ist, ist es tatsächlich auch so, dass für Hurelmann die informellen Instanzen zunehmend effektiver sind als die formellen Instanzen. Was sind denn jetzt überhaupt informelle Instanzen? Das ist ja erstmal ein Begriff, der jetzt natürlich offensichtlich das Gegenteil von den formellen Sozialisationsinstanzen ist. Aber was heißt das denn konkret? Informelle Instanzen oder informelle Sozialisationsinstanzen, wie es ausformuliert heißt, sind letztendlich genau das Gegenteil, nämlich die Einflüsse der Gleichaltrigen, also insbesondere Freundesgruppen, Peergroups im Fachbereich genannt, beziehungsweise natürlich auch etwaige Freizeitorganisationen, die dazu führen, dass Jugendliche sich im gleichen Alter zusammenkommen, sich treffen und dementsprechend natürlich sich dann dort auch austauschen können. Dieser informelle Charakter ist insbesondere dadurch gezeichnet, dass die Jugendlichen sich da freiwillig einbringen können und dementsprechend auch dort ein anderer Ton herrscht, ein anderer Umgang geprägt ist und natürlich der Einfluss der Gleichaltrigen ganz anders sich auswirkt, als wenn man beispielsweise die Auswirkungen oder den Einfluss eines älteren Teils der Gesellschaft betrachtet. Und dementsprechend geht Hurlmann davon aus, dass informelle Instanzen zunehmend wichtiger werden, effektiver werden und dementsprechend für ihn das Wort effektiver bezeichnet alles, was letztendlich darauf eingeht, dass Instanzen einen Einfluss haben. Wie stark der Einfluss eben ist, das misst für ihn die Effizienz und die Effizienz ist laut ihm jedenfalls in den letzten Jahren deutlich stärker bei den informellen Instanzen angestiegen. Kommen wir nun zu den Aufgaben dieser formellen und informellen Sozialisationsinstanzen. Dabei ist es natürlich ganz klar, dass diese Aufgaben nicht paritätisch aufgeteilt sein können. Das heißt, wir haben hier keine Gleichverteilung von Aufgaben auf diese Instanzen, sondern unterschiedliche Instanzen mit unterschiedlichem Instanzcharakter müssen natürlich auch unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Grundsätzlich das große Ziel, was hier gegeben ist, ist natürlich, dass Instanzen die Integration in die Gesellschaft ermöglichen sollen. Das hatte Hurlmann ja auch schon in seinem anderen Maxim dargestellt, dass die Integration in die Gesellschaft enorm wichtig ist, aber gleichzeitig auch eine Individuation stattfinden soll. Falls euch das Video interessiert, könnt ihr da gerne mal in die Playlist reingucken, rund um das gesamte Modell. Könnt ihr da natürlich gerne mal reingucken, rund um das gesamte Modell nach Hurlmann. Hier wollen wir uns aber jetzt erstmal darauf konzentrieren, dass die Instanzen die Integration überhaupt erstmal ermöglichen sollen. Wichtig ist dabei, dass Kompetenzen gefördert werden müssen und Motivation angeregt werden soll. Und hier seht ihr auch schon eine zentrale Unterscheidung. Die Kompetenzförderung ist insbesondere Aufgabe der Schule und natürlich generell der formellen Sozialisationsinstanzen. Insbesondere nimmt dabei aber die Schule eine Rolle ein, denn diese ist ja dazu geschaffen, bestimmte Kompetenzen, die eine Integration in die Gesellschaft ermöglichen, überhaupt erst zu fördern, hervorzubringen und dementsprechend dann sich dann auch langfristig die Integration in die Gesellschaft überhaupt als Aufgabe zu machen, um diese Kompetenzförderung zu ermöglichen. Darüber hinaus soll dann eine Motivation ermöglicht werden und das findet primär natürlich durch die informellen Sozialisationsinstanzen statt. Das heißt, hier sehen wir insbesondere bei der Motivationscharakter verschiedener Instanzen, dass diese die Motivation fördern sollen und dass diese dann insbesondere natürlich im Freizeitbereich eingreifen können und erst so dann die finale Integration in die Gesellschaft gelingen kann. Also was man hier bereits schon mal sieht, ist, dass Sozialisationsinstanzen natürlich ganz klaren Einfluss auf den Jugendlichen haben und das ist ganz wichtig zu erwähnen, dass informelle Sozialisationsinstanzen eine andere Aufgabe, nämlich die Motivation haben, als formelle Sozialisationsinstanzen, die primär der Kompetenzförderung zuzuschreiben sind. Zusätzlich sollen beide Instanzen die Möglichkeiten aufzeigen, die ein Jugendlicher innerhalb einer Gesellschaft hat, denn nur so, sagt Hurrellmann, hat der Jugendliche später auch eine Perspektive, nach der er sich einbringen kann und die er dann auch nutzen kann, um sich innerhalb der Gesellschaft zu integrieren und seine Rolle innerhalb der Gesellschaft zu finden. Dabei sollen diese Instanzen Freiheiten ermöglichen und Moratorien schaffen, das heißt, hier orientiert er sich erneut ein bisschen an Erik Eriksson, diese Schutzräume, die Erik Eriksson ja auch schon beschrieben hatte, sieht auch Hurrellmann hier verankert, das heißt, er geht davon aus, dass Freiheiten ermöglicht werden müssen und dass diese in einem Schutzraum stattfinden müssen, frei von gesellschaftlichen Bewertungen, sodass der Jugendliche sich ausprobieren kann und dementsprechend auch eine Kompetenzförderung und Motivationsförderung überhaupt erst ermöglicht wird und dass diese Möglichkeiten, die dann aufgezeigt werden, stets in diesen Moratorien, in diesen Schutzräumen stattfinden, die dann gesondert von der Gesellschaft stattfinden. Und damit soll es das jetzt auch von diesem Modell gewesen sein. Wir hoffen, ihr habt verstanden, was die Sozialisationsinstanzen sind. Nochmal kurz zusammengefasst, formelle Sozialisationsinstanzen unterscheidet man von informellen Sozialisationsinstanzen. Formelle Instanzen sind dabei insbesondere die Schule, Ausbildungsstätten und aber auch Beratungsstellen, die nach und nach immer mehr durchs Internet abgelöst werden. Informelle sind natürlich insbesondere Freunde und Peergroups, wenn man das mit diesem Fachbegriff zusammenfassen möchte. Die Aufgaben, die diese Instanzen dabei erfüllen, sind grundsätzlich natürlich die Ermöglichung des Instanzaufbaus, das heißt, dass man sich in eine Gesellschaft integriert und dann parallel dazu soll praktisch ermöglicht werden, dass formelle Instanzen die Kompetenzförderung anregen und informelle Instanzen, insbesondere die Motivation und die Möglichkeiten, Darbietung ermöglichen. Und damit soll es das von diesem Video gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Gerne könnt ihr euch auch die anderen Videos aus dieser Reihe rund um Hochelmann angucken. Wir haben zudem ein Buch verfasst, das ist ein bisschen Werbung in eigener Sache, das für euch sicherlich relevant ist, wenn ihr jetzt das Abitur schreibt, das heißt, wenn ihr euch optimal vorbereiten wollt und mit den Büchern ein bisschen besser lernen könnt, als das tatsächlich mit Videos für euch der Fall ist, dann guckt doch gerne mal in der Videobeschreibung. Wir haben auch zu Freud, zu Erik Eriksson und vielen weiteren Psychologen, Jean Piaget unter anderem auch, ein Buch verfasst, falls euch das interessiert. Erster Link in der Videobeschreibung. Und dann soll es das gewesen sein. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.